Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich stunde jetzt was trinke. Ich sage den meisten, da das sehe ich gerade. Aber jetzt ist Cola mit Vanille. Ach, ja. Cola, Zero. Zero? Zero? Zero mit Vanille. Und im Erdbeerkäse sind Vitamine. Und Bio ist nur Abfall. Ey, der Spruch triggert mich auch, ne? Im Erdbeerkäse ist er im Vitamine. Halt, stopp! Jetzt rede ich! Rückzugsort, das ist doch kein Wort. Befährt. Nadine the Brain. Ja, out of brain. Jung. Ganz ehrlich, ne? Ich will jetzt keinen angreifen. Ich werde auch keinen persönlich jetzt nennen. Aber es gibt Menschen, die hätte mal lieber gehen in den Zug spritzen sollen. Dann wären sie heute noch unterwegs. Mhm. Da stimme ich dir wiederum zu. Es gibt Menschen, die braucht die Welt nicht. Ja. Also, die sind ja jetzt harmlos. Es gibt andere, die braucht die Welt nicht. Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich korrigiere auch meine Aussage. Es gibt Menschen, die braucht die Welt nicht. Und dann gibt es Menschen, die braucht die Welt, damit die anderen Menschen wieder lachen können. Ja. Ja. Ah, ne? Und wir gehören dazu. Ja. Hauptsache Vitamine. Richtig. Ähm, Portal. Geht es dann darüber? Der müsste ein... Wo geht das hin? Lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Ich glaube, ich brauche nämlich da die 1111... Ich wollte nur was gucken. Ich muss nämlich das Portal umbenennen. Damit ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Bebebebe. Okay. Hallo, Wölfe. Nimm den Schwanz aus dem Gesicht. Nicht. Im Nord war es nicht. 66 war es nicht. 777 war das hier. Ich guck mal, was was ist. Was was ist? Ja. Was ist? Was müsste man bedingt sein? Was ist beim Knochen? Ja, ja, ja. Aber die Krypten sind alle leer. Die hab ich alle... Oh, da waren wir noch in der 200er Reihe. Hier im gesamten Sumpf? Auch in dem Teil, den wir noch gar nicht aufgedeckt haben? Da kommt nichts mehr. Da ist... Da ist nichts mehr. Da ist Ende. Da ist nichts mehr? Ne. Da hab ich alles durchgeguckt. Also bis hier ist aufgedeckt. Aber wenn du... Wenn du... Bis wohin? Bis da, wo ich... Und da kommt nur noch Wasser. Da kommen keine Krypten mehr. Okay. So, und ich geh jetzt mal gucken... Wie weit das hier rüber ist. Ob wir da ein Floß brauchen. Äh, worüber? Warte, ich werde gejagt. Och, och ne. Och ne. Hau ab, hau ab. Scheiße. Ich hab kein Gifttrank mit, ne? Och, fuck you. Ja, das ist ja... Das ist ja wieder herrlich hier. Ich bringe mal hier wieder durch was und guck mal, wann du wieder da bist, ne? Ja, ja, mach das mal. Hier liegt ein Grabstein von mir. Hallo, Grabstein. Ich hab's nur ne Ahnung. Ja, ich bin bei dem Dings. Aber... Bei dem, bei dem, bei dem, ja. Gegenstände geboren. Natürlich sind die Gegenstände geboren. Nicht geboren. Nein, sie sind geboren. Oh Mann, ey. Brauchst du da drüben Hilfe, oder soll ich... Hier war... Ich glaube, wir sollten uns überlegen, das Portal mal umzubauen. Weil da ist ne Teergrube direkt. Du kommst aus dem Portal raus und bist eigentlich, stehst du in der Teergrube. Und ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Ich hab ne Trollhöhle gefunden. Ja, sehr schön. Meinst du diese Teergrube da ganz unten? Ne, ganz unten ist sie ja nicht. Muddy, hallo. Wie geht es dir? Wie ist denn hier ne Teergrube? Hier werden Schellen verteilt. Gratis Schellen. Gratis Schellen. Wer will, wer hat noch nicht. Ach, da ist ne Teergrube. Oh. Warum kommt denn da so ein... Warum kommt da so ein Block? Hallo, Hirsch. Alle Tierfreunde bitte jetzt einmal weggucken. Ach, da ist ja noch... Oh, verdammt so. Ja, da hab ich doch in den Penner. Aber ich glaub... Ach, guck mal, hier ist ja auch noch Sumpf. Ach, sehr schön. Und ich hab keinen Giftdrank mit. Ich hab keinen Giftdrank mit. Das ist doch schön. Alles super. Und bei dir? Ja, soweit doch. Alles schön. Alles schnieke. Wo kam denn der Eumel jetzt her? Bist du tot? Nee. Jetzt bin ich im Grasland. Und dann ist das schön. Dann kann ich direkt mal neues Edelholz mitnehmen, ne? Warum gehen wir eigentlich schon wieder bei Nacht los? Weil wir tagsüber schon können. Okay, da muss ich ehrlich gesagt. Und das halte ich für ein Gerücht. Hau doch nicht ab, Baumstamm. Also ich bin mir noch nicht sicher, was es ist. Ja, komm mal. Ich bin gerade Edelholz am Farm. Und Wildschwein. Du bist Edelholz und Wildschwein am Farm. Ja. Hier ist Grasland. Das ist schön. Ja. Und da wir sowieso Edelholz brauchen. Und da wir sowieso. Komm her. Wie geht mir erst in den Sack? Allesamt. Pium. Pium. Ich werde auch? was kletterst du denn auf meinem kopf um bist du doof so internet erst mal langsam gut hier mensch raus wenn brauchst du löwen zahn ich frage den freundet irgendein rezept wir haben noch 100 müssen wir noch da haben eigentlich schon es gibt schwänze endlich wieder schwänze sehr schön es gibt sätze die sind faszinierend ja aber wir brauchen noch die schwänze für die schwanzsuppe also wie viele von euch kommen denn es ist dunkel also jede menge also ich glaube okay okay ich komme mal dezent zurück wo bist du da wo ich nicht sein wollte ich komme zurück und es kann sein dass ich eine hohe kleine grüner kobolde mitbringe aber wir brauchen definitiv ein schiff um darüber zu kommen ich glaube mit dem fluss wenn ich wenn wir sowieso denn jetzt holen wollen dann brauchen wir wie ein fallenschiff ja definitiv mit einem eisen holen der ist mir ins schwert gelaufen der ist mir ins schwert gelaufen schön wie ich mich erst mal umgucke wo haben wir denn ein 1 1 1 schiff ich habe keine ahnung das eine steht bei drachen mutti ne da wollte ich aber jetzt auch nicht hoch um da erstmal runter wieder das schiff zu holen dann muss ja nicht sein also das heißt man könnte von drachen mutti einfach mal runterfahren und schon mal den weg zur jagdloot bereiten das könnte man auch machen dann müssen wir aber ein portal mitnehmen das ist ja kein problem ich habe ja schon genug dinge hier womit na edelholz habe ich 17 ja guck mal hast du schon mal genug fast 20 ist doch gut jetzt schaffe ich es bevor die blobs mich töten durchs portal zu springen wird schwierig ne was für blobs an dem portal hier da war einer und den habe ich getötet da war einer und den habe ich getötet ich war auf erkundungstour wo hat es wieder pipi in der hose sei doch ehrlich ich war auf und kann da kacka in den augen ja kacka in den augen richtig da bin ich ja braun im gesicht ganz ruhig brauner ja kacka in den augen ja kacka in den augen da ist das da also weißt du bist du bist du bist du lustig oder bist du kack du bist vollkommen unnustig unnustig wo steht unser portal wo steht denn unser portal folgt einfach den blobsen ich hab her gefunden ach da steht das portal und haben die sie 37 fischer die hier sind ja haben sie haben sie gut hast verdient also auf gut deutsch willst du jetzt wieder zu drachen mutti von da aus richtung süden schippern ja das wäre eine möglichkeit ja mal wieder warum mal wieder wer beschwert sich denn dass wir dann jetzt mal im dunkeln fahren wer sagt denn das wäre jetzt mal man könnte sich zum beispiel hinlegen könnte man tun ja ich bin ja eh gerade hier guck mal ich lieg schon im bett bis jetzt aber schon eine halbe stunde dann ist die nacht um er muss wieder ganz toll lieben sehr viel zuneigung gibt es hier sehr viel zuneigung hast du deine grauzwergen augen ich habe sechs was weiß ich auch mal sachen weg ach so ich habe also du meinst für portal ja jetzt ja jetzt ja ich mache hier erst mal genau wie du mache ich jetzt erst mal jemand anders benutzt das ja mach das so ich schläge möge er sich ins knie essen ich weiß jetzt einfach alles in diese kiste ist mir scheißegal wir machen das ja da kann man schon mal die dinger rausnehmen brauchen wir noch drei von da da sind sie nicht da sind sie dann nehmen wir uns 3 3 2 20 so ich hätte schlafen mal gucken hat er dafür die scheiße gemacht hat ja klar du sortierst ja alter ich sage jetzt wenn ich schon wieder da ne die ganze die ganze zeit kann ich sagen das ganze alter ist verkehrt bei dir jetzt mal ganz ehrlich sollen wir den valheim dienstag nicht generell auf den mittwoch legen können wir machen weil der vw valheim wednesday ich finde ihn gar nicht mal schlecht ich wir könnten auch valheim sterb day nennen ja bei samstag oder sonntag streamst du nicht hat er damit nichts zu tun es ging es generell valheim sterb day haha habe ich dich getroffen willst du dich hinlegen oder nicht das bringt siehst du voraus ja du falls du mir den kopf schießt du kannst um diese zeit nicht schlafen schuld wahlheim dienstag an einem mittwoch und das so kurz nach der zeitumstellung ihr wollt mich doch völlig durcheinander bringen oder ach spielkind vollkommen korrekt genau das ist unser plan wo müssen wir jetzt eigentlich hin wie heißt denn das scheißportal mit deinen nummern kann sich ja keiner merken wo das hingeht doch eigentlich kann man sich ja ganz einfach merken nein doch nicht ist nur was für so zahlenlegastheniker wie du oh ich hab's mit zahlen zahlen sind nicht das problem nur sinnlose beschreibungen sind ein problem bei was soll 222 sein sag mal mach geh ich recht in der annahme dass der blasebalch ja der schwede einblasen soll der ist wichtig lass den da stehen den musst du so nah dran stellen du weißt aber schon dass der komplett falsch aussieht ne das ist mir scheiß egal der muss da dran stehen der muss nah da dran stehen weil der hat keinen so langen so ne ne ihr seht es ist ziemlich kurz rote mit dann geht der bin ich auch anderes essen mehr auf komm mein kopf zu nimm mal auch nimm noch die ganzen tränke mit die brauchst du ich habe tränke ja nimm sie mit du wirst sie brauchen ja im gegensatz zu hier habe ich das mittlerweile verstanden glaube dem herrn spielkind ja kleiner musik klaus gott was haben wir uns wieder lieb heute kommen gehen wir aus dem weg sag mal lieber welche nummer als scheiß portal alle ab in die hölle ab in die hölle die ich bin die löschen war der drachen wo die zu kommen muss man durch die sieben 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 ist logisch oder ja logisch so wo steht der boot unten mach keinen scheiß ich dachte wird hier oben auf dem berg stehen ja dir traue ich zu dass du das hier hin baust ob man dann damit den hang runter rutschen kann tu dir keinen zwang an es auszuprobieren ne jetzt ernsthaft meint sie denn echt jetzt ich komme hier an spring durch eine spalte und was steht hier vor mir wo bist du denn ich bin pass auf ich bin hier dieses mannequin auf deiner karte ja das sehe ich ja warum machst du denn da unten mir ein golem angucken komm ich spring drauf wow bist du fuck 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 ich renne ja ich renne was hast du denn so schnell sind die doch gar nicht so feck die henne ey apropos was ist denn los mit dir alles gut alles gut was hältst du davon wenn wir mal tschüssi tschüssi kowski und bis zum nächsten Mal tschüssi kowski bis zum nächsten Mal tschüssi tschüssi tschüssi